Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warcraft. So, heute ist nicht die Suche nach Illidan dran, sondern wir haben ja ein Geheimlevel freigeschaltet, was wir jetzt auch spielen werden, nämlich die Kreuzung. Augenblicke später, als die verbündeten Blutelfen und Naga in die Seitengässen von Dalaran hineinschwärmen. Rasch, meine Brüder, nehmt die Position ein. Garitos-Truppen werden jeden Moment hier sein. Wir haben das Portal erreicht, Kael. Nun versuchen wir es zu öffnen. Prinz Kael, die anderen Baumeister und ich haben die Verteidigungsanlagen von Dalaran mitkonstruiert. Wir könnten Material aus diesen Ruinen bergen und die Verteidigungstürme errichten, die ihr braucht. Welch frohe Kunde. Dann macht euch an die Arbeit. Verfluchte Elfen. Ich wusste, sie würden so etwas versuchen. Vergesst die vermaledeiten Türme. Ich wünsche, dass das Portal zerstört wird. Diese Verräter werden nicht entkommen. Benutzt diesen Sprengstoff beim Portal. Wer immer das Portal zerstört, wird als Held gefeiert. Wir haben es geschafft. Das Portal ist offen. Der Exodus kann beginnen. Gut gemacht, Rasch. Wenn wir weitere strategische Türme bauen, können wir Garitos Streitmacht so lange aufhalten, bis unsere Leute in Sicherheit sind. Hoffentlich habt ihr recht. Wenn das Portal fällt, sterben wir alle. Okay. Niemand veralbert mich. 2 plus 3 mal 2. Was wollt ihr? Oh. Okay. Wenn 11 wäre was Besseres im Handumdrehen erledigt. Scheint sowas wie Tordel. Mein Volk muss gerecht werden. Sehr gut. So. Euch lasse ich jetzt mal hier oben stehen. Arbeit ist voll braun. 2 plus 3 mal 2. Arbeit ist voll braun. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh. Kein Gold mehr. 20. 20. 20. Und 20. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Das ist im Paket und Riegerlich. Ausbau abgeschlossen. Wie konnte das nur genehmigt werden? Okay. 2 plus 3 mal 2. Was wollt ihr? Ja. Das frage ich dich ja auch. Ja, ja. Ich bin schon dran. So. Arbeit ist voll braun. Gleich ausgebaut werden. Das ist im Handumdrehen erledigt. Hier nochmal. Das ist ein blau-braun. Ich bin hibbelig. Es soll geschehen. Die Zeit ist knapp sterblicher. Arbeit ist voll braun. Ah, okay. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Was soll ich machen? Nein, 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 so nicht. Lasst mich machen. Felsturm. Den Ausbau. Den Ausbau. Das ist beim Handumdrehen erledigt. Okay. Arbeit ist voll braun. Ausbau abgeschlossen. Ausbau ab. Felsturm. Das ist beim Heimdrehen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ah. 2 plus 3 mal 12. Macht da oben weiter. Was soll ich nach hier? Was soll ich hier? Das ist dann? Sehr gut. Ausbau abgeschlossen. Sehr gut. Niemand verarbeitet. Arbeit ist voll. Arbeit ist voll. Arbeit ist voll. Arbeit geschlossen. Ja. So. Das sind nicht durch. Das ist im Handumdrehen erledigt. Ja, ja, ich bin schon dran. Was wollt ihr? Nur mal ein Tor. Den Ausbau. Diesen Ausbau. Arbeit ist voll dran. Nein, 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 so nicht. Ausbau abgeschlossen. So, Arbeit ist voll dran. Das ist im Handumdrehen erledigt. Welche Ausbau. Ausbau. Arbeit ist voll dran. Nein, 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 so nicht. Es ist mehr Gold erforderlich. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Das ist im Handumdrehen erledigt. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich bin hebelig. Ich tue so. Arbeit ist voll dran. Oha. Wo klemmst du denn? Aufschau. Okay, der Wasser zählt. Die unterbrecht meine Berechnungen. Okay. Die konnte das nur genehmigen. Das ist im Handumdrehen erledigt. So, dann machen wir hier nochmal so. Das steht nicht in der Blaupause. Das steht nicht in der Blaupause. So, mein Turm. Sich ausbauen. Sich ausbauen. Nein, 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 so nicht. Lasst mich machen. Und hier wird ein Fels. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? So. Ja, ja, ich bin schon dran. Arbeit ist voll dran. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. So, und hier jetzt machen wir auch nochmal ein Fels. Das steht nicht in der Blaupause. Arbeit ist voll dran. Oha. Mein Volk muss gerecht werden. Ich spüre etwas Pflichtiges. Okay. Der kommt mal von hinten. Wenn ich das jetzt richtig sehe, könnt ihr hier nochmal was machen. Ist mir ein Vergnügen. Okay. Boah, wir lassen viel zu viele durch. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Was soll ich machen? Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Das Portal wird angegriffen. Verteidigt es um jeden Preis. Ja. Prinz Kale, wir haben eine neue Art Verteidigungsturm fertiggestellt. Ausbau abgeschlossen. Das ist im Handumdringen erledigt. Arbeit ist voll dran. Ein 11 wäre was Besseres eingefallen. Nein, 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 nein. So nicht. Setzen wir die neue Verteidigungstürme auch mal ein. Was soll ich machen? Oh, oh, oh. Ich habe das nicht hier unten. Es soll geschehen. Arbeit ist voll dran. Arbeit ist voll dran. Oh, oh. Sehr gut. Sehr gut. So, sind ein paar üblich. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Das steht nicht in der Blau-Turm. Nein, 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 so nicht. Lasst mich machen. Ich tue etwas. Pflichtiges. Können wir den jagen? Aber das ist zu leicht. Weil hier kommen nämlich zum nächsten Mal. Was wollt ihr? Wie konnte das nur genehmigt werden? So. Äh, Klamm-Turm. Mal nochmal ein Felssohn machen. Arbeit ist voll dran. Wo klemmt's denn? Es soll geschehen. Ihr müsst da oben wieder hoch. Nein, 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 so nicht. Arbeit ist voll dran. Lasst mich machen. So. Ein 11 wäre was besseres. Ein 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Ja, ja, ich bin schon dran. So. Hier, ausbauen. 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 Ausbau, abgeschlossen. Ausbau, abgeschlossen. Ausbau, abgeschlossen. Ausbau, abgeschlossen. Ausbau, abgeschlossen. Ausbau, abgeschlossen. Nein, 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 so nicht. Geschlossen. Lasst mich machen. Ausbau, abgeschlossen. Mal hier nochmal so. Ausbau, abgeschlossen. Die unterbrechen meine Berechnung. Und auch mal Flammturm. Was soll ich machen? Arbeit ist voll dran. Ich renne darauf zu handeln. Höhen, Keißen. Oh, oh, oh. Arbeit ist voll dran. Okay. Scheint jetzt besser zu halten. Das ist ein Halbentrum erledigt. Das steht nicht in der Blau-Pause. Wir haben nochmal einen Fels-Turm. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Arbeit ist voll dran. Wir sollten beiden weiterziehen. Da ist Geld. Ah. Zwei plus dreimal zwölf. Arbeit ist voll dran. Was soll ich machen? Machen wir noch so einen hier hin. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Am besten eigentlich die ganze Zeit weiter Türme basteln. Arbeit ist voll dran. Wie konnte das nur hier hin? Arbeit ist voll dran. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Mal hier nochmal ein Flammturm. Ich bin der Blau-Pause. Ah. Arbeit ist voll dran. So. Arbeit ist voll dran. Zwei plus dreimal trifft. Was wollt ihr? Ja, ja. Ich bin schon die Unterbrechtung. Ich mache hier mal ein paar mehr Flammtürme hin. Ein Elf wäre was Besseres eingefallen. Die Zeit ist knappsterblicher. Arbeit ist voll dran. Nein, nein, nein. So nicht. Lasst mich machen. So. Hauen wir hier mal ganz flammtürme hin. Zwei plus dreimal zwölf. Was wollt ihr? So. Arbeit ist voll dran. So. Arbeit ist voll dran. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ah, was sind denn das für Bücher? Ich bin ausau abgeschlossen. Wir sollten bald weiterziehen. Sehr gut. So. Damit konnten wir jetzt gut punkten. Ich renne darauf zu handeln. Gut. Das ist im Handumdrehen erledigt. Machen wir hier im ersten Mal weiter. Wie konnte das nur genehmigt werden? Wir unterbrechen es mal direkt. Die Pläne für diesen neuen Turm sind fertig. Oh, neue Türme. Jetzt Kältetürme. Arbeit ist voll dran. Okay. Kältetürme. Ein Elf wäre was Besseres eingefallen. Arbeit ist voll dran. Nein, 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 so nicht. So, machen wir hier nochmal drei Säuble haben. Ihr konnte nur genehmigt werden. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Arbeit ist voll dran. Ja, ich bin schon dran. Wo klemmst denn? So. Okay, glänzende Goldmünzer. Wir sollten bald weiterziehen. Jetzt kommen wir gut durch. Ich hoffe nicht, wir kommen mal voran hier. So. Nein, 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 so nicht. Dann mache ich hier nochmal Kältetürme hin. Was soll ich machen? Arbeit ist voll dran. Damit die hier nicht so schnell abhauen. So. Arbeit ist voll dran. Was kommt hier nochmal ein Felsform? Ja, ja, ich bin schon dran. Nein, 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 so nicht. Lasst mich machen. So. Wo klemmst denn? Arbeit ist voll dran. Arbeit ist voll dran. Ha. Sogar welche die Wüstung geben. Du unterbrechst meine Berechnung. Was soll ich machen? Das ist im Handumdrehen. So, dann machen wir hier nochmal die Felsformen. Das muss nur gemäßt werden. Arbeit ist voll dran. Und jetzt wird nicht durch. Oder nicht? Nee. Nein, 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 so nicht. Arbeit ist voll dran. So, hier machen wir jetzt mal einen Wechsel. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh. Äh. Ich bin hibbelig. Ist mir ein Vergnügen. Arbeit ist voll dran. Nein, 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 so nicht. Lasst mich mal. So. Zwei plus dreimal zwölf. Was wollt ihr? Und das steht nicht in der Blaupause. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Arbeit ist voll dran. Dann müsste hier nochmal mitkommen. Ihr konntet das nur genehmigt werden. Arbeit ist voll dran. Das ist im Handumdrehen erledigt. So, und hier oben. Ein Elk wäre was Besseres eingefallen. Arbeit ist voll dran. Ausbauen. Ausbau. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Ausbau abgeschlossen. Was sollen wir hier unten schon mal an? Wo klemmt's denn? Außerordentlich. So. Ah, die halten aber viel aus. Arbeit ist voll dran. Okay. Arbeit ist voll dran. Der darf sich dann schon mal ausbauen. Nein, 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 so nicht. So, machen wir das mal ein bisschen. Das wird das mal ein bisschen. Das wird 2 plus 3 mal zwölf. Was wollt ihr? Hier jetzt nochmal Kälte. Ja, 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 ich bin schon dran. Arbeit ist voll dran. Nein, 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 so nicht. Kälteturm. Lasst mich machen. Arbeit ist voll dran. 2 plus 3 mal zwölf. Was wollt ihr? Kälteturm. Ich bin hebelig. Arbeit ist voll dran. Das ist im Handumdrehen erledigt. Kälteturm. Arbeit ist voll dran. Wie konnte das nur genehmigt werden? Nein, 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 so nicht. Lasst mich machen. Das steht nicht in der Blaupauce. Arbeit ist voll dran. Festliche Bellen 17. Wo klemmst denn? Arbeit ist voll dran. Ich bin ein Vergnügen. Okay. Wow. Das ist krass. Mit was die jetzt kommen. Das ist im Handumdrehen erledigt. Wird einfach weiterbauen. Ja, ja, ich bin schon dran. 2 plus 3 mal zwölf. Irgendwas von hier. Wie konnte das nur genehmigt werden? Arbeit ist voll dran. Das ist im Handumdrehen erledigt. Da machst du hier noch ein Geld drin. Das ist nicht in der Blaupauce. Ausbau abgeschlossen. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Wie konnte das nur genehmigt werden? Arbeit ist voll dran. 2 plus 3 mal zwölf. 2 plus 3 mal zwölf. Was wollt ihr? So. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Es ist mehr Gold erfordert. Arbeit ist in der Blaupauce. Liegt hier nicht nur mein Volk? Mein Volk muss gerecht werden. Okay. 2 plus 3 mal zwölf. Was wollt ihr? Ein 11 wäre was Besseres eingefallen. Wo bremst denn? Okay, weil da eigentlich ein Freund von mir nicht geschädigt wird. Wir sollten bald weiterziehen. Aus. Was die Hälfte unserer Streit macht, ist durch. Ihr müsst Garidos aufhalten. Alter. Nein, 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 so nicht. Ohne Ende. Lass mich nicht machen. Wie konnte das nur? Wir unterbrechen meine Berechnungen. Ja, ja, ich bin schon dran. Machen wir hier mal kurz weiter. Arbeit ist voll bra. Nein, 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 so nicht. Lass mich machen. So. Arbeit ist voll bra. Prinz Kale. Dieser neue Turm ist unser neuestes und bestes Werk. Todesturm. Voll tödliche Energieblitzer. Arbeit ist voll bra. Okay. Wie konnte das nur genehmigt werden? Ah, wir haben hier noch den Münzen. In der Saras Namen. Nein, 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 so nicht. Lass mich machen. Arbeit ist voll bra. Okay, das ist ein paar Werte. Wollen wir jetzt noch eine Sorte Turm, oder was? Einem 11 wäre was Besseres eingefallen. So, kurz Ausbau. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist voll bra. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist voll bra. Da kommt's. Ausbau abgeschlossen. Wo klingt's denn? Ich tue mein Wettel. Ausbau abgeschlossen. So. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Gut. Da konnte das nicht mehr werden. Zwei plus dreimal zwölf. Was wollt ihr? Dann machen wir hier. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist voll bra. Es ist mehr Gold erforderlich. Die kosten richtig gut Gold. Was soll ich machen? Und 70 zum Ausbauen. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Ich bin hier durch. Gut. Ich bin hier einfach. Na, der rennt natürlich durch die Ersten richtig durch. Und jetzt geht's erst los. Okay. Jetzt hat er natürlich da unten was gelb liegen gelassen. Hör die Kaiserin. Wir sollten bald passen. Hör. Es soll geschehen. Das ist im Handumdrehen erledigt. So, die ausbauen. Den ausbauen. Nein, 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 so nicht. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Was wollt ihr? Ja, wir den großen. Ich spüre etwas Flüchtiges. Ich frag mich aber, warum der immer so viel Schaden kriegt. Das ist im Handumdrehen erledigt. Aber na gut. Das steht nicht in der Blaupause. Arbeit ist vollbracht. Nein, 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 so nicht. Lasst mich machen. Hier noch einen Tödlichen hin. Arbeit ist vollbracht. Die unterbrecht meine Berechnungen. Gut. Dann fangen wir hier auch mit dem Tödlichen an. Arbeit ist vollbracht. Lasst die Experimente frei. Öffnet die Käfige. Wir brauchen alle nützlichen Tiere. Das ist ja Wahnsinn, ey. Geht die alle weg? Einer hat überlebt. So ein Mist. Okay. Ihr beide bleibt jetzt mal hier oben stehen. Ich schütze das Portal. Wie konnte das ungenehmigt werden? Ein Elf wäre was Besseres eingefallen. Ich glaube, er solltet ein Fehler gebaut. Nein, 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 so nicht. Arbeit ist vollbracht. Das steht nicht in der Blaupause. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Arbeit ist vollbracht. Wie konnte das so ungenehmigt werden? Das ist in Hand und Drin erledigt. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist vollbracht. Na komm. Arbeit ist vollbracht. Was soll ich machen? Nein, 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 so nicht. Lasst mich machen. Ich gucke die nächsten. Wo klemmst denn? Außerordentlich. Arbeit ist vollbracht. Ah. Mein Volk muss gerecht werden. Ist mir ein Verlust. Die Zeit ist knapp sterblicher. Da kommt's. Das ist im Hand und Drin erledigt. Das steht nicht in der Blaupause. 3x12. Was wollt ihr? Mein Elf wäre was Besseres eingefallen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Nein, nein, nein. So nicht. Lasst mich machen. Das ist im Hand und Drin erledigt. Ausbau abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh, oh, oh. Auch wenn wir jetzt hier alle ausgebaut haben. Näh. Arbeit ist vollbracht. Drachen kommen dann eigentlich erst ein Problem. Es ist mehr Gold erforderlich. Wie konnte das nur genehmigt werden? Nein, nein, nein. So nicht. Lasst mich machen. Ich bin hier. Hä? Es soll geschehen. Die sind kein Arbeit. Arbeit ist vollbracht. So. Mein Volk muss gerecht werden. Oha. Da kommt. Ah, einer geht wieder durch. Das ist im Handumdrehen erledigt. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Was soll ich machen? Zack und zack. Sie greifen das Portal an. Es muss verteidigt werden. Ja, ja, ich bin ja dabei. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist vollbracht. Ich spüre etwas. So. Flüchtiges. Ist mir ein Vergnügen. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Wie konnte das nur genehmigt werden? Ja, ja, ich bin schon da. So. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Nein, nein, nein. So nicht. Lasst mich ausbauen. Alle ausbauen. Und alle ausbauen. Was soll geschehen? Was soll geschehen? So, kommen sie durch? Ich hoffe mal nicht. Doch, die kommen durch. Es soll geschehen. Die Zeit ist knapp sterblicher. Die kommen alle durch. So ein Mist. Ich spüre etwas. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch ändern kann. Okay, eigentlich konnte ich noch wegmachen. Außerordentlich. Da kommen schon die nächsten. Was soll ich machen? Wie konnte das nur genehmigt werden? Ein Elf wäre was Besseres eingefallen. Mein Volk muss gerecht werden. Ich tue mein Bestes. Arbeit ist vollbracht. Außerordentlich. Das ist viel zu früh. Arbeit ist vollbracht. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Was soll ich machen? Ostrom. Das steht nicht in der Blaupause. Arbeit ist vollbracht. Wie konnte das nur genehmigt werden? Das steht nicht in der Blaupause. Boah, die kommen hier bis schon runter, ey. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Okay, nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ja, ja, ich bin schon da. Los, nicht aufhören. Wo klemmst du denn? Ist mir ein so genügend. Die Zeit ist knappsterblicher. Stell dich mal da hin. Ich bin hibbelig. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Was soll ich machen? Neue Türme basteln. Wie konnte das nur genehmigt werden? Die schon mal ausbauen. Die schon mal ausbauen. Arbeit ist vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Arbeit ist vollbracht. Ja, ja, ich bin schon dran. Das ist im Handumdrehenerlieb. Es ist mehr Gold erfordert. Fast alle sind durch. Nur noch ein kurzes Weilchen. Dann ist es geschafft. Arbeit ist vollbracht. So. Ha. Und noch ein dahin. Das ist im Handumdrehen erledigt. Gut, 215 Feuer jetzt. Wir sollten bald noch ein bisschen zu. Ausbau abgeschlossen. Ist mir ein Vergnügen. So. Ha. Wir können da auch einfach durch. Das ist ja auch immun wie die Magie. Okay, da ist der erste, der ist tot. So, hier. Kommt man da bitte nicht durch. Kommt man da bitte nicht durch. So. Oha. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Sie kommt da durch. Oha. Nein, nein, nein. So nicht. Lasst mich machen. Okay. Wie konnte das nur genehmigt werden? Probieren wir mal was aus. Einem Elf wäre was besseres eingefallen. So. Was für Kreaturen er jetzt kommt, ey. So klemmt es Wahnsinn. Unser Wille ist schade. So. Einfach mal reinblitzen. Triff den richtigen. Arbeit ist vollbracht. Ich bin wieder durch. Okay. Sehr gut. Ah, hat auch ein paar gut getroffen. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Weiter ausbauen. Das steht nicht in der Blaupause. Uh. Das wird schwer. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Okay. Was soll ich machen? Nein, 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 nein. So nicht. Lasst mich machen. Wie konnte das nur genehmigt werden? Oha. Arbeit ist vollbracht. Oh. 2 plus 3 mal 12. Arbeit ist vollbracht. Das ist mehr Gold erforderlich. Da kommt. Das geht hin. Okay. Okay. Euch brauche ich jetzt aus. Das ist im Handumdrehen erledigt. Es ist mehr Gold erforderlich. Hier vielleicht irgendwo. Ich brenne da raus. Ah. Wir sollten bei... Goldmünzen sind hier keine, ne? Ich tue mein Bestes. So. Das ist nochmal auf dem Feuerwerk hier. Doch da unten liegt eine Goldmünze. Und hier unten. Nein, nein, nein. So nicht. Lass mich mit dem Helden nur. Ich helfe. Einmal schnell hier runter. Einsammeln. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Das steht nicht in der Blaupau. Mehr machen. Nein, nein, nein. So nicht. Lass mich machen. Das Postal wird angegriffen. Verteidigt es um jeden Preis. Ja. Gut. Ich bin schon dabei, die ganz runter zu gehen. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Arbeit ist vollbracht. So. Das wäre was besser. Das ist ein Handumdrehen erledigt. Nächsten Turm. Ja, ich bin schon dran. Wir sollten bald weiterziehen. Okay, dann hier wieder hoch. Es ist mehr Einfall genügend. Arbeit ist vollbracht. Kommen wieder Drachen. Arbeit ist vollbracht. Die Mut gegen Magie sind. Shit, 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 shit. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Das ist ein Handumdrehen erledigt. Den nächsten Turm. Konnte das nur genehmigt werden. Arbeit ist vollbracht. Kurz ausbauen. Die unterbrecht meine Berechnung. Arbeit ist vollbracht. Denn den Ausbau ist angeschlossen. Nein, 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 so nicht. Lasst mich. Hier noch ein Händler. Was besser ist eingefallen. Oh, die kommt ganz knapp durch. Oder? Arbeit ist vollbracht. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Arbeit ist vollbracht. Ah, kriegt ihr es noch hin? Jawohl. Okay. Wie konnte das nur genehmigt werden? Das ist im Handumdrehen erledigt. Einem Elf wäre was besseres eingefallen. Hat da irgendjemand Goldgelassen hier irgendwo? Nee. Arbeit ist vollbracht. Okay. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Arbeit ist vollbracht. Wie konnte das nur genehmigt werden? So. Okay. Ausbau ist abgeschlossen. Was wollt ihr? Ausbau abgeschlossen. Was soll ich machen? Hier denn noch einen Dicken hin? Oha. Wo klemmst denn? Tauscher auch nicht. Arbeit ist vollbracht. Das hilft nicht gar nicht. Weil die auch immer gegenmachtig sind oder so. Arbeit ist vollbracht. Belagerungskohle. Wahnsinn. Das ist im Handumdrehen erledigt. Ausbau. Zeitlos dreimal zwölf. Was wollt ihr? Ja, ja. Ich bin schon wieder unterbrecht meine Berechnungen. Was soll ich machen? So. Oh, die kommt durch. Die kommt sowas von durch. Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung. Arbeit ist vollbracht. Ihr schon? Ja? Ja? Nein, nein, nein. So nicht. Lasst mich machen. Das steht nicht in der Blaupause. Das ist im Handumdrehen erledigt. Ja, ja. Ich bin schon dran. Mein Volk muss gerecht werden. Okay. Das ist doch wenn ich so brauche. Arbeit ist vollbracht. Die unterbrechen meine Berechnung. Das steht nicht in der Blaupause. Was soll ich machen? Das ist im Handumdrehen erledigt. Ja, ja. Ich bin schon dran. Wir sollten bald weiterziehen. Arbeit ist vollbracht. Nein, nein, nein. So nicht. Lass mich machen. Arbeit ist vollbracht. Das wäre was Besseres eingefallen. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, komm, gib mir das Gold noch. Das steht nicht. Arbeit ist vollbracht. So. Irgendwo eine Münze. Nein. Arbeit ist vollbracht. Okay. Kann leider nicht alle ausbauen. Ausbau abgeschlossen. So. Den noch. Ausbau abgeschlossen. Und. Ausbau abgeschlossen. Das ist im Handumdrehen erledigt. Ausbau abgeschlossen. Unser Wille geschehe. So. Alles mit mir draus jetzt hier. Ich spüre etwas. Fürchtiges. Zack. Schon kann ich mir alle treffen, ey. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Was soll ich machen? Und mehr ausbauen. Ein 11 wäre was Besseres eingefallen. Bezüglich mehr bauen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Okay. Was soll ich machen? Ein Frostturm noch? Nein, nein, nein. So nicht. Blast mich. Es ist mehr Gold erforderlich. Oha. Die Schickritten da vorzäufig. Ja. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Es ist mehr Gold erforderlich. Wir haben einfach kein Gold mehr. Gut. Das ausbauen. Was wollt ihr? Ja, ja. Ich bin schon draußen. Oh, abgeschlossen. Ich bin fein. Durch euren Weg. Jeder ist ein Held dabei. Wo glänzt denn? Sehr gut. Die Zeit ist knappsterblicher. So, bis hier runter. Genial. Einfach immer weiter hinterher. Ich spüre etwas Flüchtiges. So. Außerordentlich. Und danach darfst du hier auch mit runterlatschen. Immer schön weiter hinterher. Nein, 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 so nicht. Lass mich an mir. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Das steht gut wie der Blaupause. Was ist der Held eigentlich tot? Arbeit ist vollbracht. Ich hoffe. Arbeit ist vollbracht. Mein Volk muss gerecht werden. So. Ist es Zeit? Oh, wir haben es geschafft. Nice. Flüchtiges. Tower Defense. Ich bringe Pandemonium. Okay. Du bringst Pandemonium. Gell, es sind alle durch. Zieht euch zurück und wir schließen das Portal hinter uns. Gut, Männer. Zurück. Zurück zum Portal. Nun, junger Prinz. Ein letzter Schritt hin zum Schicksal. Okay. Das war jetzt das Bonus-Kapitel. Bezüglich das Geheim-Level. So, und morgen sehen wir dann wirklich die Suche nach Elida. Also, schaltet wieder ein. Bis denn.